Hallo liebe YouTube-Gemeinde, hallo auch liebe Odyssee-Gemeinde, herzlich willkommen hier zum Wochenstart. Ja, der erste Wochenstart seit vielen, vielen Wochen, Sie müssen mir verzeihen, ich war krankheitsbedingt, einmal ausgefallen. Davor hatten wir Klimakonferenz, Entschuldigung, EF-Konferenz. Da hatten wir im Vorfeld auch noch jede Menge zu tun, aber jetzt bin ich ja wieder da, endlich. Ich möchte beginnen mit einem kurzen, lustigen Zitat. Winter mit starkem Frost und viel Schnee, wie noch vor 20 Jahren, wird es in unseren Breiten nicht mehr geben. Ja, der eine oder andere von Ihnen wird es bereits erraten haben, von wem dieses Zitat stammt. Es stammt von dem sogenannten Klimaforscher Moji Platif. Ja, und wann hat er es gesagt? Das ist das Interessante. Er hat diesen Spruch bereits vor über 20 Jahren, nämlich am 1. April 2000, von sich gegeben. Und zwar in einem Interview mit dem Spiegel. Nein, und es war sicherlich nicht als April-Scherz gemeint. Moji Platif meinte das vollkommen ernst. Und wahrscheinlich glaubt er auch heute noch an seine Aussage. Damit sind wir jetzt auch schon beim eigentlichen Thema. Wir hatten das Thema auch schon am Freitag. Es ist ja gerade Klimakonferenz in Dubai. Und Klimakonferenz in Dubai heißt, 70.000 Klimaaktivisten treffen sich in klimatisierten Kongresshallen mitten in der Wüste, um zu debattieren, wie man die Durchschnittstemperatur auf diesem Planeten noch ein klein wenig herabsenken kann, während Deutschland unter Schneemassen versinkt. Sie haben es ja mitgekriegt. In München vermeldete man Rekordschneefälle. Also so viel Schnee ist um diese Jahreszeit in München noch nicht gefallen. Ja, und das während der Klimakrise. Also der Flugverkehr ist zusammengebrochen. Der Bahnverkehr ist zusammengebrochen. Der öffentliche Personennahverkehr, so wie so, also da geht gar nichts mehr, eben wegen der Schneemassen. Ja, aber die Klimapriester, die hier unterwegs sind, die versuchen immer noch zu verkünden, dass das alles natürlich nichts mit dem Klima zu tun hat, sondern nur Wetter ist und eigentlich völlig normal ist und eigentlich auch zu diesem Klimawandel gehört. Ja, also da rückt man kein bisschen von den eigenen Prophetien ab und da müssen Sie sich unbedingt mal auf Twitter anmelden und sich diese Diskussionen angucken. Wie gesagt, die Klimawahrheit wird immer noch verkündet. Aber das Interessante dabei ist, dass, wenn sie verkündet wird, es doch eine gigantische Anzahl von Twitter-Nutzern gibt, die dann dagegen halten. Sehr, sehr, sehr interessant jedenfalls. Na, jedenfalls scheint dieser Klimagott, der für das alles hier verantwortlich ist, jemand zu sein, der echt viel Humor hat. Und das belegt folgender Artikel, den ich auf der Seite der Hannoverischen Allgemeinen gefunden habe. Ich möchte zitieren. Harald Lesch im Theater am Ägi. Wintereinbruch im Süden. Wie Waldis vier Jahreszeiten im Klimawandel kann am Sonntag nicht stattfinden. Sie kennen ja alle Harald Lesch. Harald Lesch ist auch einer dieser Klimapäpste, Prediger oder was auch immer. Wie Waldis vier Jahreszeiten im Klimawandel ist der Titel eines Programms des Astrophysiker Harald Lesch. Gemeinsam mit den Musikern und Musikerinnen des Merlin-Ensembles Wien am Sonntag, den 3. Dezember, im Theater am Ägi präsentieren wollte. Wegen des unerwarteten Wintereinbruchs im Süden Deutschlands muss der Auftritt nun verschoben werden. Wie der Veranstalter Hannover Concerts am Sonnabend mitteilte. Ja, und um auf Nummer sicher zu gehen, hat Harald Lesch diese Veranstaltung dann auf den Mai verlegt. Nicht, dass der Klimagott vielleicht erneut auf die Idee kommen könnte, dem Harald hier einen Strich durch die Rechnung zu machen. Ja, und im Mai wird es dann von Harald Lesch vermutlich heißen, dass das, was da vom Himmel gekommen ist, jetzt am Sonntag bzw. die letzten Tage mit dem Schnee, den wir noch aus unserer Kindheit kennen, so rein gar nichts zu tun hat. Das ist etwas völlig anderes und hat mit dem Schnee, wie gesagt, nichts zu tun. Ja, wie dem auch sei, sind wir wieder beim Thema Konferenz, Klimakonferenz. Ja, und auch da geht es ja so einigermaßen drunter und drüber. Und ich weiß nicht, ob es wirklich so rund für die Deutschen läuft. Ich möchte mal zitieren aus der BILD. Haushalt wichtiger als Klimakonferenz. Scholz stoppt Habecks Flug nach Dubai. Berliner Minusgrade, Stadtsonne in Dubai. Vizekanzler Robert Habeck hat wegen der Haushaltskrise auf Bitten vom Bundeskanzler Olaf Scholz Eine ab Montagabend geplante Reise zur Weltklimakonferenz in Dubai und in die Region abgesagt. Habecks Anwesenheit in Berlin sei notwendig, um nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts die Gespräche über den Haushalt 2024 weiter voranzubringen, teilte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums am Sonntagabend mit. Ja, Olaf Scholz scheint ja jetzt auch erkannt zu haben, dass in Dubai für die Deutschen vermutlich kein allzu großer Blumentopf mehr zu gewinnen ist. Jedenfalls stellen sich die anderen Nationen, die an dieser Klimakonferenz teilnehmen, die Klimarettung doch ein klein wenig anders vor als die ideologiegetriebenen, dem Wahnsinn am anheimgefallenen Deutschen vor. Ich möchte zitieren. Was für ein Gegensatz. Während der Bundeskanzler in Dubai seinen Klimaklub und eine Verdreifachung der erneuerbaren Energien bis 2030 propagierte, schlossen sich am Rande der UN-Klimakonferenz 22 Staaten zusammen, um bis 2050 die Atomkraft weltweit zu verdreifachen. Zu den Unterzeichnern des Nuklearversprechens gehörten neben US-Sonderbotschafter John Kerry die Staats- und Regierungschefs von 13 europäischen Staaten, wie zum Beispiel Frankreich. Kerry, der im Auftrag von Präsident Joe Biden die USA in Dubai vertrat, zur Begründung. Man kann das Ziel von Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2050 ohne Atomkraft nicht erreichen. Das sei Wissenschaft und hat mit Ideologie nichts zu tun. Ja, apropos Ideologie. Vielleicht erinnern Sie sich noch, Robert Habeck sagte während des Grünen-Parteitags jetzt vor zwei Wochen erst, ich möchte zitieren, unsere Ideologie heißt Wirklichkeit. Ja, meine Damen und Herren. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass Robert Habeck das wirklich, wirklich glaubt. Ja, und man fragt sich natürlich, hat Scholz hier vielleicht nur die Reißleine gezogen? Also, ich weiß es nicht. Also, weswegen er ihn jetzt doch zu Hause behalten hat, den Robert Habeck. Vielleicht wollte er Deutschland ja doch nicht vollständig der Lächerlichkeit preisgeben. Ich weiß es wirklich nicht. Aber das wirklich Ulkige daran ist ja, dass die Unterzeichner dieses Nuklearversprechens auch zu großen Teilen zu Scholz' propagiertem Klimaclub gehören. Ja, ich möchte hier vielleicht noch ein weiteres Zitat bringen, das auch sehr, sehr gut an diese Stelle passt. Man kann zwar die Realität ignorieren, aber nicht die Folgen davon ignorieren. Sie wissen alle, von wem das Zitat stammt. Es stammt von ein Rant und ist schon viele, viele Jahre alt und hat an Aktualität eigentlich nichts eingebüßt. Ja, wissen Sie, meine Damen und Herren, ich habe da so eine Theorie. Ich glaube, die habe ich auch schon hier an der einen oder anderen Stelle geäußert. Also, ich bin eigentlich wirklich der felsenfesten Überzeugung, dass auch Deutschland, also spätestens zu Beginn der nächsten Legislaturperiode diesen sogenannten Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie vollständig und vollumfänglich kassieren wird. Und wer weiß, vielleicht passiert das alles schon viel früher. Und was dafür spreche, das sind so die Beiträge, die man so in den etablierten Medien zu lesen bekommt. Also, insbesondere die Beiträge der letzten paar Tage schon, ja. Und zwar möchte ich hier mal ein paar Beispiele geben. Der Spiegel berichtet zum Beispiel. Kernkraftmesse bei Paris. Champagner für Atomdeals, Spott für Deutschland. Euphorisch feiert die Kernkraftbranche auf der World Nuclear Exhibition ihre Auferstehung. Deutschland ist auch allgegenwärtig. Als vermeintliches Negativbeispiel ein Messerrundgang zwischen Castor-Behältern und Schaumwein. Ja, leider hinter der Bezahlschrank aber auch andere Medien berichten. Zum Beispiel der Fokus, auch ziemlich eindeutig. World Nuclear Exhibition. Auf der großen Atommesse erntet Deutschland nur noch Hohn und Spott. Die Kernenergiebranche lebt. Im französischen Villepin am nördlichen Stadtrand von Paris fand am 28. bis 30. November die World Nuclear Exhibition statt. Mehr als 700 Aussteller aus 76 Nationen empfingen 20.000 Teilnehmer und rund 1.000 Entscheidungsträger. Wie der Spiegel berichtet, präsentierten sich auf der Messe vor allem mittelständische Anbieter. 29 davon aus Deutschland. Dem Bericht zufolge ist Deutschland in den Messehallen der WNE in aller Munde. Allerdings nicht als Vorzeigeland, sondern eher als vermeintliches Negativbeispiel. Die Dynamik, die der Kernenergie in den vergangenen Jahren neuen Schwung verliehen hat, ist an Deutschland vorbeigegangen. Ja, und hier wird auch wieder im Laufe dieses Artikels der Bundeskanzler selbst zitiert. Und zwar hatte er erst im September diesen Jahres von sich gegeben. Achtung. Die Kernkraft ist zu Ende. Sie wird in Deutschland nicht mehr eingesetzt. Das Thema Kernkraft ist in Deutschland ein totes Pferd. Ja, meine Damen und Herren, und um hier das mediale Bild noch vollständig abzurunden, ein Beitrag in der Bild-Zeitung, beziehungsweise eine Überschrift, die reicht ja schon. Finnen-Ministerin rechnet mit Atomkurs der Ampel ab. Deutschland, du bist auf dem Holzweg. Finnland unterzeichnete auf der Klimakonferenz in Dubai ein Mega-Kernkraftabkommen mit Frankreich, USA und weiteren Industrienationen. Ja, bleiben wir also gespannt, ob die Bundesregierung es wirklich schaffen wird, angesichts der internationalen Entwicklung, die sich hier vollzieht, ihrem Kurs treu zu bleiben oder ob sie ja den Irrweg, den sie eingeschlagen hat, vielleicht doch noch verlassen wird. Ich weiß es nicht. Ja, apropos Legislaturperiode. Angesichts dieser eher fröstelnden Temperaturen da draußen scheinen auch die Umfrageergebnisse zur Sonntagsfrage einigermaßen eingefroren zu sein. Jedenfalls tut sich da nicht besonders viel. Und zwar hat die letzte Sonntagsfrage von Insa für Bild am Sonntag ergeben, die SPD stagniert bei 16 Prozent, die CDU stagniert bei 30 Prozent, die Grünen gewinnen aus welchen ja völlig unerfindlichen Gründen dazu und zwar um ein Prozent, sind jetzt jedoch immer noch bei 13 Prozent, also nicht viel. Die FDP bei 6 Prozent, die AfD bei 22 Prozent, hier hat sich also auch nichts getan. Die Linke verliert ein Prozent und hat dieses Prozent dann wahrscheinlich an die Grünen abgegeben. Freie Wähler 3 Prozent, sonstige 7 Prozent, da hat sich also nichts getan. Ja, die AfD also weiterhin stabil, ziemlich weit oben in den Umfragen. Und ja, apropos AfD, wir hatten ja letzte Woche Freitag das Thema. Sie haben es ja mitgekriegt, Alice Weidel hat sich mit Theo Müller, dem Chef von Müller-Milch, getroffen. Und ja, was in Folge dessen passiert ist, war ja schon ganz ulkig. Und zwar trendete über das Wochenende hinweg Müller-Milch bei Twitter. Und ja, viele Nutzer gaben dann zum Besten, dass ja die Verkaufsregale bei Aldi und Lidl und hast du nicht gesehen, komplett leergeräumt gewesen sind. Und einige haben sich dann darüber gefreut, doch noch einen Becher oder eine Flasche ergattern zu können. Naja, jedenfalls haben sich dann doch sehr, sehr viele Nutzer sehr, sehr positiv über eben jenes Treffen von Theo Müller mit Alice Weidel geäußert. Und ja, andere Leute sehen das natürlich vollständig anders. Ich möchte hier mal zitieren aus dem Spiegel. Rechtsextremismus. Innenministerin Faeser fordert von Unternehmen Haltung gegen die AfD. Zum Aufstieg der AfD schweigen sich viele Unternehmer hierzulande aus. Und manche, wie Molkerei-Eigner Müller, sollen gar Kontakte zu der Partei pflegen. Die Bundesinnenministerin warnt vor drastischen Folgen. Die berichteten Kontakte des Molkerei-Unternehmens Theo Müller zur AfD setzen Wirtschaftsbosse bundesweit zunehmend unter Druck, sich von der in Teilen rechtsextremen Partei zu distanzieren. Augenblick. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte dem Handelsblatt, das Klima der Spaltung und der Ressentiments, das die AfD schürt, schreckt hochqualifizierte Arbeits- und Fachkräfte aus dem Ausland ab. Bleibe dies unwidersprochen, so die SPD-Politikerin, gäbe es eine weitere schleichende Normalisierung von rechtspopulistischen und rechtsextremistischen Positionen. Daher ist es auch Sache der Wirtschaft, hier deutlich Haltung zu zeigen, forderte Faeser. Dies erwarte sie auch und gerade von Arbeitgebern, die zehntausende Menschen beschäftigten, von denen viele eine Migrationsgeschichte haben. Ja, meine Damen und Herren, genau so stelle ich es mir vor. Da ist dann also eine hochqualifizierte Fachkraft, möglicherweise ein Kernphysiker, irgendwo im Ausland und der schaut sich, bevor er nach Deutschland kommt, zunächst einmal die Umfrageergebnisse an, hierzulande, und entscheidet sich dann eben doch nicht nach Deutschland zu kommen. Also das liegt dann nicht etwa daran, dass wir hier eine der höchsten Steuer- und Abgabenlasten weltweit haben, um nicht zu sagen die höchste weltweit. Es liegt dann auch nicht daran, dass wir hier weltweit die höchsten Energiepreise haben. Es liegt dann auch nicht daran, dass es hier so gut wie gar keinen Wohnraum, erschwinglichen Wohnraum gibt. Und es liegt schon mal gar nicht daran, dass es trotz Klimaerhitzung hier immer noch so ein bescheidenes Wetter gibt. Nein, es liegt einzig und ausschließlich daran, dass hier eine Oppositionspartei, mit der sowieso keiner koalieren will, in den Umfragen doch relativ weit vorne steht, aber die dennoch laut Umfragen sehr, sehr weit davon entfernt ist, hier die Regierungsgeschäfte zu übernehmen. Ja, aber ich sage mal so, der wirklich dicke Hund ist ja eigentlich mit was für einer Unverfrorenheit und mit was für einer Selbstverständlichkeit hier die Innenministerin eine, wie soll ich sagen, eine Gesinnungsgesellschaft einfordert. Und wissen Sie was, ich bin ja jetzt wirklich kein Jurist und ich habe davon auch wirklich keine Ahnung, aber ich könnte mir doch vorstellen, dass die Innenministerin hier doch deutlich ihre, naja, Kompetenzen überschritten hat. So, und da möchte ich mal zitieren aus einem Dokument des wissenschaftlichen Dienstes der Bundesregierung. Es geht um folgendes. Kurzinformation. Neutralitätspflicht von Regierungsmitgliedern und parlamentarischen Staatssekretären. Eine gesetzliche Regelung zu einer Neutralitätspflicht für solche Entscheidungsträger gibt es nicht. Die Rechtsprechung leitet die Neutralitätspflicht der Staatsorgane aber indirekt aus dem Grundgesetz her. Nach Artikel 21 Absatz 1 S1 Grundgesetz ist es Aufgabe der Parteien, an der politischen Willensbildung des Volkes mitzuwirken. Die Rechtsprechung folgert aus dem Vergleich zu Parteien, dass Staatsorgane im politischen Meinungskampf neutral bleiben müssen. Die Äußerungsbefugnis einzelner Minister ist auf ihre Ressortzuständigkeit zu beschränken. Dies gilt auch für parlamentarische Staatssekretäre, wenn sie den Bundesminister in Regierungsgeschäften nach außen vertreten. Die Öffentlichkeitsarbeit der Regierung muss sachgerecht, objektiv und neutrale Information enthalten. Einseitige, parteiergreifende Stellungnahmen zugunsten oder zulasten einzelner politischer Parteien muss die Regierung unterlassen. Wie gesagt, ich bin kein Jurist, ich bin da kein Experte. Vielleicht weiß einer von Ihnen diesbezüglich mehr. Dann schreiben Sie das doch bitte in die Kommentare. Mich würde das jedenfalls überaus freuen, diesbezüglich mal aufgeklärt zu werden, ob die Innenministerin sich mit ihrer Ansprache an die Wirtschaft hier vielleicht, naja, nicht vielleicht strafbar gemacht hat, aber ob sie hier vielleicht, wie vermutet, ihre Kompetenzen ein Stück weit überschritten hat. Ja, meine Damen und Herren, wollen wir es dabei für heute belassen? Sie wissen, eigentümlich frei, wir bringen ein ganz herausragendes Heft heraus. Jetzt habe ich die aktuelle Ausgabe, aber doch, Moment, da habe ich sie. Die aktuelle Ausgabe, die ich noch gar nicht beworben habe, hier sehen Sie sie. Welt zwischen Krieg und Frieden, Ukraine Nahost und wie geht es nun weiter? Ja, falls Sie uns näher kennenlernen möchten oder falls Sie uns unterstützen wollen, dann bestellen Sie diese Ausgabe doch gerne. als Einzelausgabe, als Schnupperabonnement oder auch direkt als Jahresabonnement. Wir würden uns riesig darüber freuen. Und ja, meine Damen und Herren, Sie wissen ja sicherlich, dass ich immer noch dabei bin, größter Schlagerstar dieses Universums zu werden. Und wissen Sie was, da muss ich Ihnen eine Anekdote erzählen. Sie wissen ja, ich teile am Ende dieses Videos immer meine beiden Erstlingswerke, nämlich Steuern sind Raub und ich lieb CO2. Und bei Facebook habe ich nun ein Meme gesehen. Und zwar wurde dieses Meme gepostet von einem Mitglied der Bundesregierung, also einem Mitglied einer Regierungspartei. Und nämlich von, ich meine, Daniel Föst oder so eh nicht, der ist bei der FDP. Und diesem Meme konnte man entnehmen, welche fünf Lieder er im vergangenen Jahr am häufigsten gehört hat. Und auf Platz zwei rangierte tatsächlich mein Superhit Steuern sind Raub. Ich wurde nur noch von Bob der Baumeister überrundet. Ich lieb CO2, kennt er vielleicht noch nicht. Aber wie dem auch sei, klicken Sie drauf, schalten Sie ein und teilen Sie diese Videos mit aller Welt. Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich vorab. Und verabschiede mich bis Freitag auf meinem anderen Kanal. Martins Wochenausklang. Schalten Sie auch da ein, abonnieren Sie auch dort. Ich würde mich sehr freuen. Machen Sie es gut. Bis dahin, alles Gute und Tschüss.